hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play assassin's creed 3 und ja wir sind aus der vorproduktion zurück sozusagen und schau mal was ist überhaupt unser auftrag du störst dich nicht weiter ne alles klar ich meine nämlich dass wir hier so eine art schlacht hatten beim letzten mal genau weiß ich es nicht mehr aber wir reiten jetzt erstmal richtung ausrufezeichen und schauen uns dann mal an worum es denn hier überhaupt ging und natürlich spielen wir mit connor und ja wir sind ja für euch ist das ja wahrscheinlich jetzt alles nur ein tag her egal ja wie gesagt ich war im urlaub und hatte vor produziert deshalb und jetzt bin ich aus dem urlaub wieder da und da muss ich natürlich auch neuen content bringen und irgendwie also ich entschuldige mich noch mal ganz herzlich dafür dass da so bei assassin's creed sag ich schon bei minecraft los ist also im moment ist bei mir echt der wurm drin in der aufnahme hardware oder software oder beim typen der dahinter sitzt und das tatsächlich bedient sprich mir weil keine ahnung also entweder fehlte in game sound oder es fehlt der kommentar oder es fehlen teile des kommentars wie zum beispiel mann oder teamspeak ich weiß nicht was da los ist also keine ahnung das ist im moment irgendwie sehr komisch und ich habe auch schon verschiedene sachen ausprobiert und irgendwie hat das alles nicht so wirklich was gebraucht und ja und schauen wir mal was wir jetzt überhaupt machen müssen und vor allem wo müssen wir überhaupt tippen ich meine ich finde jetzt natürlich auf der karte gucken ob wir da irgendwie schnell hinweisen können was ich vermutlich auch gleich machen werde aber das sieht so aus als kommen wir da nicht rein und dann schauen wir mal eben auf der karte nach wo das überhaupt ist nach boston so hier rein ja ich möchte nach boston reisen das ist richtig so muss das doch laufen moment wir sind da nicht mehr in rom ne muss ich mir irgendeinen anderen team ausdenken egal never mind so was müssen wir überhaupt machen moment nein karte da da hauptmission 700 meter das wollte ich gar nicht ich dachte so rufe ich mein pferd aber nun das war wohl nicht so erfolgreich wie ich mir das gedacht hatte kann man jetzt auch gerade nichts machen das ist passiert halt das wird ausgeliehen im namen der bruderschaft wir beschützen euch deswegen ja so wie reiten also nach boston rein und dann biegen wir hier so in richtung ja was ist das überhaupt ja nördliche richtung ist das also ich vermute mal dass die pfeilspitze die da unten auf dem links auf dem kompass zu sehen ist norden bedeutet haben wir da so eine nord-nord-östliche peilung richtung hafen sagen wir es mal so und dann schauen wir mal was da so abgeht vielleicht ist es ja schon die boston party um jetzt zu groß vorweg zu greifen aber ich meine das setting stimmt natürlich und die bostoner t party war natürlich mit ausschlaggebend für den amerikanischen unabhängigkeitskrieg und oder müssen wir mal müssen wir mal fahren wir mal hier so fahren wir mal mit unserem heißen gefährt hier den rest laufen wir so dann schauen wir noch mal dass wir da vorne nicht schnell hinkommen denn natürlich ist unsere zeit begrenzt und ein viertel der mission habe ich schon verlabert beziehungsweise vertrödelt mit hin und her laufen aber ich meine das gehört natürlich auch dazu und bei einer so großen spielwelt hat man natürlich auch strecken zurückzulegen die ein wenig größer sind und dafür sollte dann schon das verständnis da sein aber wie gesagt es zwingt euch niemand ihr könnt auch gerne vorspulen mir ist das egal nur gut und ich rede vor der herr mission starten so denn hinterher möchte natürlich mit uns reden so unterhaltung wurde langsam unangenehm was kann ich für dich tun ich hoffe du hilfst mir bei der suche nach william johnson natürlich ich bin auf dem weg seinem treffen mit männern die dir helfen können warum kommst du nicht mit es ist schön zu sehen dass die menschen sich endlich gegen das unrecht erheben sagt ein mann der eine sklade besitzen sorry ich stehe zu meinem wort mein freund sie ist keine sklavin sondern eine freie frau zumindest auf dem papier manche menschen ändern sich nicht so schnell es ist tragisch dass wir trotz allen fortschritts festhalten dieser barbare dann spricht ich dagegen aus wir müssen zuerst unsere rechte verteidigen ist dies geschehen werden wir uns um diese probleme kümmern du sprichst als sei deine situation vergleichbar mit der der sklaven ist sie nicht sagt dass meinem nachbarn den man zwang britische truppen unterzubringen oder meinem freund dessen geschäft geschlossen wurde weil er die krone verärgerte diese leute sind nicht frei okay es ist mein haus egal was ihr steuereintreiber sagt wenn diese narren mein besitz wollen sollen sie selber über den teich segeln und ihn sich holen darüber wird nicht diskutiert jetzt öffne die tür oder meine männer werden sie einträgen genug wir kommen rein ich schätze dass offensichtlich ist beweis genug sooo da müssen wir natürlich einschreiten und ich hoffe meine tanz sind noch so geschärft wie vor ein paar wochen ja okay alles klar endlich gerechtigkeit soll der gouverneur ruhig mehr schicken bist du wohl auf bin ich ist nicht mein erster tanz trotz der zähne und klauen dieser rotfüchse kämpfen sie wie welten vielen dank mein freund ich würde dir ein ale ausgeben doch ich werde leider erwartet ja dazu muss ich sagen ich bin nicht so der ale typ also weiß ich nicht dieses abgestandene englische warme bier nee das ist absolut nicht meins ich meine jeder trinkt das was er gerne haben möchte aber ich bin eher so der jord fan und wen das jetzt nicht sagt der trinke doch bitte mal ein guinness ein schönes rotbier wie sich das gehört so ja wir metzeln uns über die dächer von boston versuchen natürlich nicht allzu viel aufzufallen aber nein das lässt sich kaum vermeiden als offensie ne so kommen doch ganz gut aua voran was soll denn das hier bitte ich hab doch nichts getan okay nehmen wir nun umweg warum ist denn der so schnell aber ähm okay hoch 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 schon, aber egal, never mind. So, bestimmt muss ich jetzt anonym werden, bevor ich hier rein kann. Natürlich. Okay, aber das ist kein Problem für uns, mit den paar Leuten werden wir doch fertig. Okay, Verteidigung durchbrechen geht nicht. Okay. Gut, gut. Haben wir ja trotzdem geschafft. Alles kein Problem für uns. Dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zur Zeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen, doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis und muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Gut, gut. Tee kaputt machen, da bin ich voll dabei. Ich bin nämlich absolut gar kein Tee-Fan. Dann schauen wir mal, ob ich das nicht hinkriege. Ich glaube, diesen Mann verfolgen wir mal. Oder auch nicht. Juhu. Äh, 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 äh. Moment, wir waren nie hier. Never mind. So. Okay. Ja, ja, lauft mal ruhig vorbei. Das ist mir alles rein. Ja, da vorne sind Soldaten. Hm. Das finde ich ja ganz und gar nicht gut. So, verehrteste. Ich muss mal hier eben durch. Ja, schön. Da vorne sehe ich noch einen auf der Minimap. Aua. Das ist doch nicht. So. Schnauze halten. So, ich wollte ja einen Traber, die kann ich gar nicht bleiben. Abgereicht, sehr schön, so muss das sein, okay, gut, gut, wieder stecken, oh, zack, nein, 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 menschlicher Schild. Okay, sich haben wir und der letzte noch. Jawohl, sehr schön. Und es geht weiter, die letzten 150 Meter. Wie gilt es noch zu überbrücken? Jeder Bürger muss seinen Teil dazu beitragen. Hält einander! So, und wir sind bei den Boston Docks natürlich. Ich nehme dir das Leben! Ich mache den Schall! Und bei den Boston Docks fällt mir ein, gestern habe ich noch den genialen Film gesehen. Die ist ja noch gleich Master in Command, ja, bis ans Ende, oder der Luft. Und da ging es auch noch um ein Schiff, das in den Boston getrunken wurde. Aber das hat jetzt gerade recht wenig, hier mit dem Spiel zu tun. War nur so mit seiner Verpackung. Oh man, oh man, oh man. Mein Hals kratzt mittlerweile, weil ich so viel laber. Okay, Moment. Ähm, Waffenrad. Blündern. Mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Munition bekommen. Na, Tatsache. Ähm, blablabla. Ähm. Blablabla. 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 Ah, ok. Das ist natürlich praktisch. Achja, das ist doch schon praktisch so ein Prüberfestchen. Na, aber es heißt Fässchen, ne? Ist ja schon... Vor allem, wie das hier einfach so achtlos rumliegt. Das ist unglaublich. Hallo? Nicht konterbar angriffen oder was. Ich glaube es hat. So, einen habe ich. Der sieht auch relativ bedient aus. Und die habe ich auch. Das ist sehr schön. Ja, gut, gut. So muss das doch sein. Dann ergreifen wir mal die Flucht nach vorn sozusagen. Und das dritte Prüberfestchen holen wir uns dann in der nächsten Folge. Da stand ich gerade auf dem Kabel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Oder einen Kommentar, wie auch immer. Oder beides vielleicht, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen uns dann morgen wieder in einer neuen Folge Assassin's Creed. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein. Amen. 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 Amen.